Juhu! Endlich ist Grillzeit und einige von euch fragen mich nach Schaschlik-Rezepten. Ab heute präsentiere ich für euch die besten Schaschlik-Marinaden. Eine meiner Lieblingsmarinaden ist Kefir oder Buda-Milch. Es passt sehr gut zum Schweinfleisch. Ich empfehle euch Schweinennacken. Außer Kefir selbst benötigt ihr nur Zwiebel, Salz und Pfeffer, Koriander und vielleicht auch Kräuter. Für Kilo Fleisch halbes Liter Kefir. Duh! Duh!